Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um den kleinen aber feinen Unterschied zwischen CSMA-CD und CSMA-CA. So, CD steht für Collision Detection und CA steht für Collision Avoidance. Collision Detection findet ihr, also CSMA-CD, findet ihr in Ethernet und Collision Avoidance, also CSMA-CA, findet ihr in WLAN zum Beispiel. Okay, jetzt was ist dieser Unterschied, dieser kleine aber feine Unterschied, von dem ich spreche und der ist auch wirklich sehr, sehr klein. Und eigentlich habe ich das letztes Video auch schon so angedeutet, was es für Möglichkeiten gibt, aber ich möchte ihn nochmal hervorheben. Vielleicht kann der eine oder andere für die Prüfung oder für was auch immer was damit anfangen. Okay, also am Anfang ist es immer gleich. Wir prüfen unser Medium, ob gerade jemand sendet bei CSMA. Das ist ganz normal, deswegen Carrier Sense. CS ist sozusagen einfach nicht Counter-Strike, sondern ich prüfe hier mein Medium, bevor ich sende. Dann gibt es wie gesagt die Möglichkeiten, P-Persistent zu senden, Nicht-Persistent zu senden oder Persistent zu senden. Und ja, wenn ich dann ein freies Medium finde, dann fange ich an mit senden. Das ist immer genau gleich, das ist quasi CSMA. CSMA. So, jetzt aber zum Unterschied zwischen CSMA, CD und CA. Einmal, also wir kriegen bei CA und CD beides mal eine Kollision, anders als es der Name mich vielleicht glauben lässt. Das heißt, CA steht ja für Collision Avoidance, also ausgewichen wird der Kollision eigentlich auch nicht. Ich muss nur nicht erkennen, ob gerade eine stattfindet für mich. So, wir haben eine Kollision. Was passiert bei Ethernet im Bus? Bei Ethernet wird tatsächlich weiter abgehört. Das heißt, dieses Medium oder diese Dateneinheit breitet sich noch weiter aus und dann gibt es irgendwie Interferenzen. Was ich aber auch sicher weiß ist, dass ich plötzlich hier nicht mehr meine Daten am Strom, am Bus ablesen kann, sondern, dass ich irgendwelche Daten ablesen kann. Und ich weiß ja persönlich, was ich gesendet habe. Und deswegen kann ich sagen, okay, meine Dateneinheit ist kaputt gegangen und ich höre auf zu senden, weil es hat eh keinen Sinn mehr. Ich weiß, dass ich eine Kollision habe. Deswegen Collision Detection. Das ist der Unterschied dabei. Das heißt, ich finde hier tatsächlich durch Abhören, während ich sende, finde ich raus, ob gerade eine Kollision aufgetreten ist. Das heißt, ich höre das Medium weiter ab, während ich schon meine Daten sende. Das ist Collision Detection. So, Collision Avoidance ist jetzt das andere, was wir machen können. Das habe ich euch letztes Mal gesagt. Wenn wir hier eine Kollision haben, wir müssen nicht weiter abhören, nachdem wir angefangen haben mit Senden, sondern während dem Senden kommt einfach so eine Kollision zustande. Und was dadurch passiert ist, einfach meine Quittung geht flöten. Und das bedeutet, ich kann anhand von meiner fehlenden Quittung sagen, hey, da ist irgendwas schief gelaufen. Ich weiß, dass meine Dateneinheit nicht angekommen ist, was offensichtlich entweder eine Kollision sein muss oder es muss irgendeine Störung geben. In beiden Fällen muss ich nochmal neu senden und dann muss ich auf meinen Timeout, also es gibt wieder einen Timeout. Ich warte sozusagen, wie wir es eben bei den Quittungen hatten, meine, keine Ahnung, zwei Millisekunden oder so was bis meine, oder zehn Millisekunden, bis meine Quittung da ist. Und wenn die Quittung nicht da ist, dann sende ich nochmal. Okay, das heißt, bei CA wird mit Timeouts und Quittungen gearbeitet. Bei CD höre ich das Medium weiter ab, die ganze Zeit. So, jetzt warum brauche ich beides für CSMA? Na ja, es muss einen Standard geben und sie haben sich gedacht bei dem Standard, hey, vielleicht ist es manchmal bei einem Medium einfach nicht möglich, weiter abzuhören. Vielleicht kommt die Kollision auch anders zustande. Also zum Beispiel sitzt einer wirklich, wirklich nahe an unserem Router dran und der andere sitzt eigentlich gar nicht so nah dran. Also sagen wir mal, hier ist unser Router, das sollte jetzt eigentlich schwarz sein. Hier ist unser Router und der sendet jetzt hierher und das ist jetzt räumlich ein bisschen schwierig zu zeigen. Ich mache es mal gerade so hierher. Hier ist unser Router und der sendet dahin und der sendet hier rüber. Und hier kommt es zu einer Kollision direkt quasi vor dem Router sozusagen. Und das kriegt ja jetzt nicht unbedingt jemand direkt mit. Vielleicht ist ja hier meine Dateneinheit schon wieder zu Ende und meine Dateneinheit hier drüben ist auch schon wieder zu Ende. Dann höre ich nicht weiter zu, weil ich bin ja fertig mit sozusagen Schreiben. Aber es gab trotzdem eine Kollision. Deswegen ist es da ein bisschen schwieriger, weil hier halt auch die Dateneinheiten vielleicht kürzer sind oder sowas. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, ich packe beide Standards rein. Einmal Collision Avoidance und einmal Collision Detection. Und dann können sich die Leute entscheiden, die das Protokoll designen, welches davon sie verwenden wollen. Wie gesagt, CMACA wird verwendet bei WLAN, CMACD wird verwendet bei Ethernet. Und jedes Mal oder in beiden Fällen haben wir einen exponentiellen Backoff danach. Also wenn ich eine Kollision habe, habe ich einen exponentiellen Backoff, den ich euch im letzten Video erklärt habe. Wie gesagt, ich wollte hier nur mal kurz nochmal drauf eingehen, was ich für zwei Möglichkeiten habe und dass die sogar beide einen Namen haben. Wunderbar. Das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.